Ich fällt dazu auch keine andere Ansage ein. Es geht letztendlich um das Trinken raus. Es geht darum, dass die Band hinter mir unser Problem mit dem Trinken so ein bisschen vertuschen wollte. Und bei jedem Konzert... Was ist das Problem? Ich glaube nicht. Dass die Band kein Problem mit dem Trinken vertuschen wollte. Das ist jetzt wieder zwei Wochen Zeit, dass sowas zu mir da geben. Hey! Einen Schritt nach vorne, zwei Schritte nach vorne. Ich fühle mich nicht so einsam, dann... Kommt nochmal einen Schritt nach vorne. Dankeschön. Komm. Hier. Der nächste Song können wir nur... Können wir nur ordentlich gemeinsam machen. Der nächste Song heißt... Nie zu Ende! Ich fühle mich nicht so einsam, dann... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020